Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr Windows so einstellen könnt, dass beim Start ein Benutzer automatisch angemeldet wird. Also als erstes drückt ihr die Windows-Taste und dann R. Nun öffnet sich das Ausführen-Fenster. Hier gebt ihr ein Control, dann User Passwords. Und nun eine 2. Ihr drückt Enter. Jetzt öffnet sich hier ein Fenster. In diesem Fenster klickt ihr den Benutzer an, der automatisch angemeldet werden soll. Ihr entfernt dieses Häkchen, drückt Übernehmen. So, jetzt seht ihr hier den Benutzer. Falls der Benutzer ein Kennwort hat, gebt ihr dieses an. Und drückt OK. Jetzt wird dieser Benutzer automatisch bei Windows-Taste gemeldet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.